Ja, aber sie hatte eine Waffe, sie hätte sich verteidigen können, sie hatte Mats und alles. Ja, wow, ich hätte es auch nicht geschafft mit CNAP, du auch nicht bestimmt. Siehst du? Heute Abend Livestream, kommt unbedingt vorbei, jajajaja. Schau Leute, was geht? Es ist euer süßer, süßer Zuckerwäufer und YouTuber wieder. Bah, ekelhaft, eee, bleh, ekelhaft. Haha, damit meine ich mich. Leute, oh, saftiges Knur ist wieder mit dabei. Was geht? Ja, alles gut. Ja, alles gut, alles reiß, oder bei dir? Alles reiß, läuft bei dir. Sehr schön, Leute, wir haben uns eigentlich folgendes heute ausgedacht, und zwar wird Gnu jetzt Community-Member reinziehen. Ich werde Gnu ein bisschen In-Game trollen, sie hat ein bisschen verarschen, sie wird sich richtig krank, überspitzt darüber aufregen. Ich werde ihr ein paar gemeine Sachen in den Kopf schmeißen, sie schmeißt mir ein paar gemeine Sachen in den Kopf. Und dann schauen wir doch einfach mal, wie die Community quasi darauf reagiert. Ist ein bisschen asozial, muss ich ganz ehrlich sagen, aber keine Sorge, wir lösen das zum Ende der Runde immer noch auf. Das heißt, die Leute wissen Bescheid, dass es alles nur Spaß war. Und Gnu, ich würde sagen, wir können es auch richtig fett anschreien, oder? Okay. Super, dann würde ich sagen... Ich mache schon mal ein bisschen mein Mikro leiser, weil ich übersteuern werde. Ja, kein Problem. Mach ruhig die Lobby auch öffentlich, und ich würde sagen, auf geht's, Leute. Wir haben natürlich Voice-Chat an, wir haben uns aber gegenseitig gemütet, hören uns in Teamspeak wegen der Qualität, aber die anderen Leute hören uns. Macht die Lobby auf, lasst die Leute hereinfließen, auf geht's. Dann würde ich sagen, spielen wir jetzt eine kleine Teamrunde. So, Leute, auf geht's, mal gucken, wo wir landen. Ich, bleib mal lieber bei Gnu, weil Gnu geht immer relativ schnell am Anfang down, sie ist halt nicht so gut. Deshalb, ähm, beschützt sie bitte. Ja. Okay, lasst mal hier vorne beim großen Haus landen, Leute. Lass doch mal die anderen jetzt entscheiden, du musst ja nicht immer die Führung übernehmen. Die anderen können auch mal was sagen. Ja, aber macht dir Sinn, dass... Ach, Mann, es macht doch Sinn. Sehr gut. Siehst du, wir wollen auch mal ein bisschen was sagen. Ja, ja, ist doch okay, ist doch okay. Ich will ja nichts sagen. Ja, ist doch okay, chill. Hier sind zwei Chiss. Oh, süß. Mann, Gnu, du bist nur ein Ego. Hör doch mal auf, was soll denn das jetzt? Nee, ist ein Witz. Jetzt denk auch mal an die Community. War Glück. Was für Glück, Mann? War Glück, weil ich darf. Jetzt bin ich gerade in einer Aufnahme. Oh mein Gott, ich bin down. Ja, wir sind in einer Aufnahme. Oh, natürlich Gnu wieder down. Chill mal dein Leben. Was hab ich dir getan, Bruder? Ich hab mal Reis gegessen. Hatten Headshots. Stell, stell, Marcel, komm schon. Marcel. Zieh mal Gnu hoch den alten Loop. Ich hab mich schon bauen. Gnu liegt mal wieder am Boden, Alter. Sehr schön. Ah, blauer Air ist für mich, oder? Bacon, du bist besser. Kann ich die blaue Air haben? Oder die grüne? Ist egal. Danke. Hab schon, hab schon. Gnu, Digger, du brauchst keine Waffe. Du schaffst nicht rein. Ja, hier ist ein großer Schilddrang. Komm mal her. Aber wobei, nee, Digger, Gnu, ich trink den Schackdrang selber. Passt schon. Ey, du bist so ein Ego. Nimm mal hier vorne links in der Ecke ist ein großer Schilddrang. Guck mal. Geht doch wenigstens den anderen. Ach, hör doch auf. Hier, da vorne. Da vorne ist der große Schilddrang. Da in der Ecke. Da in der Ecke. Hä, bevor du den bekommst, das ist eh Verschwendung. Nein, wieso? Hier, hier. Hä, was, wo? Oh, warte, guck mal, die Gnu ist überlassen mir, dass sie glauben an mich im Gegensatz zu Dior. Ja, du kriegst ja eh nichts gebacken in Fortnite. Ja, doch, ich werde es dir gleich mal zeigen. Hier nimmt das jemand von ein bisschen ernst, oder? Kann das sein? Nein. Ja, ja. Hier vorne ist noch eine Shotgun, wenn jemand haben will. Ja, ich hätte gerne eine. Warte, dann nehme ich dir die, man spielt nicht double Shotgun. Ohne Witze, hör doch auf, ich will auch mal einen Kill haben. Ich sehe immer so, in deinem Runden aus, als wäre ich so ein richtiger Kacken. Danke. Okay, Revi, nimm Zeit, Mann. Ich hab alles gut, nehmt euch die Schönes. Also, ihr zwei, ihr müsst auf jeden Fall Revi deabonnieren, so geht das nicht weiter. Hä, chill da jetzt mal dein Leben, was soll denn das, Mann? Jetzt ohne Witze. Ja, komm halt mal klar, warum bist du jetzt so pissig? Ja, weil du gar nicht auf die Community achtest. Hey, natürlich achte ich auf die Community. Nein, die beiden sollen jetzt, nein, überhaupt nicht. Jetzt ohne Witze, das machst du nie. Du bist immer voll der Ego, dass du mal landen soll und die anderen beiden, jetzt hör doch auf mit der Scheiße, Mann. Big Tasty, das ist doch assi, oder? Guck mal, so kann ich doch nicht spielen, siehst du? Oh Mann, jetzt f*** ich nicht ab. Ach, Gnu, entspann dich doch mal jetzt. Nein, jetzt. Ein bisschen Spaß muss sein. Nein, das ist kein Spaß. Natürlich gibt's die. Big Tasty findet's auch nicht mehr lustig, gell? Big Tasty findet's auch nicht mehr lustig, gell? Nein. Äh, negativ. Siehst du? Das ist lustig. Siehst du? Der Marcel findet's auch nicht lustig. Ganz ehrlich, Marcel hat die ganze Zeit gelacht. Ich hab ihn gehört. Schau mich an, du findest's auch nicht lustig, gell? Oh. Siehst du? Ja, ich find das, ich, weißt du, weißt du, ich find's halt so krank assi von dir, dass du jetzt halt die Leute hier, guck mal, wie soll ich das jetzt hochladen, Gnu, ganz ehrlich? Ja. Wenn du mir so dumm kommst. Ja, keine Ahnung, gibt halt Dislikes, an wen die Leute, bei denen du drauf bist. Hä? Ich hab ja nichts gemacht, du kommst mir doch hier so dumm von der Seite. Nein, du tust die ganze Zeit rumbestimmen, wo's hingehen soll. Hä? Was macht doch Sinn, dass einer einen Call macht? Nein, die Community steht jetzt im Vordergrund. Ja, dann soll die Community sagen, wo sie hin möchte. Ja, also, die Leute zwei, wo wollt ihr hin? Ähm, Spandau, find ich was. Ähm, mir ist egal. Ja, komm, dann gehen wir nach Spandau. Ja, warum machst du denn jetzt wieder den Call? Das macht ja keinen Sinn, Gnu. Ja. Lass die Community doch entscheiden, lass die Community doch entscheiden. Ja, gut, dann entscheidet ihr zwei los. Ja. Ich mach gar nichts mehr. Ich geh jetzt woanders, wenn ihr könnt. Hey, spann dich doch jetzt mal. Ey, so unnötig von dir, der Verhalten. Hier, unten ist eine blaue Pamm für dich, Big Taste, die nimmst du dir. Ja, so brauchst du jetzt nicht kommen. Big Taste, die hinten hat Kisten, nimm dir die mal. Da ist bestimmt Heilung für dich drin, weil ich achte nämlich auf meine Community im Gegensatz zu dir. Ey, du tust jetzt hier, als wärst du der beste Mensch der Welt. Ganz ehrlich, Mann. Ja, bin ich auch. Lasst euch von Gnu mal nicht täuschen. Lasst euch von Gnu wirklich täuschen, Leute. Sollte, das ist halt. Ja, du tust immer so nach vorne raus, so bla bla bla. Ich bin ja so nett und so. Und dann hintenrum. Egal, ich sag dazu jetzt nichts. Ja, dann sag nichts. Oh nein, ich bin down, ich bin down. Lass den, lass den, das passt so. Hey, zieh mich doch mal hoch, Mann. Bist du behindert oder was, Gnu? Was soll denn das, Mann? Warum hilfst du mir denn nicht? Jetzt machen wir frei den Sieg. Ja, wahrscheinlich machst du einen Sieg oder was? Ja, natürlich mache ich den Sieg. Guck mal, wo du wieder rumläufst. Ja, und? Immerhin gewinn ich. Ja, einen Schatz machst du, du hast null Kills. Ja, und? Ja, greif halt mal an. Ich finde es halt auch nicht witzig, ganz ehrlich. Da machst du ja noch und dann schubst du selber so rein. Guck mal, Marcel hittet wenigstens was. Ja, ja. Und Gnu ist down in 3, 2, 1 und down. Ja, guck mal, wie sch*** du spielst, Mann. Ganz ehrlich. Unnötig, wirklich. Absolut. Die Armen. Die tun mir so leid. Ey, Jungs. Okay, wir haben euch verarscht. Das war nur ein Prank. Das war nur ein Prank, Leute. Das war nur ein Prank. Wir haben uns nicht wirklich gestritten. Alles okay. Oh, damn. Es war schon ziemlich unangenehm, dabei zu sein, oder? Ja, das stimmt. Ja. Free Spin Games, meine Freunde. Checkt den Boy aus. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, Jungs. Macht's gut, ne? Bis morgen. Danke schön. Ciao. Hallo. Hi. Hallo. Wollt ihr einen Win holen? Ja. Gut, dann würde ich sagen, auf geht's. Landen wir wieder Lazy Link, oder? Das hat gerade ganz gut geklappt. Wir haben sich gerade schon richtig... Ja, aber jetzt lassen wir mal die Community entscheiden. Wo wollt ihr denn hin? Wo wollt ihr denn landen? Keine Ahnung. Salty? Können wir machen. Okay, dann gehen wir Salty. Und habt ihr euch alle auch mit dem Busfahrer bedankt? Natürlich. Ja. Der Rewi natürlich. Ja, der Rewi auch gut. Dann gehen wir alle zusammen dahin und rasieren, oder? Jungs? Ja. Tut mir... Ja, entspann dich. Tut mir mal einen Gefallen und bleib mal ein bisschen bei Gnu, weil sie ist eben relativ schnell downgegangen. Rewi wieder down. 1, 2, 1. Ich bin auch das Downer. Ich kann nicht nur, ich kann. Ich habe ihn tot gehackt. Ah, nein. Nein, Danny. Rewi, rette Danny. Kann nicht, ich muss die Typen hier umbringen. Nein. Nein, jetzt komm doch auf, Danny. Ich bin tot, ich bin tot. Hilf mir! Ich wollte wieder an deinen Ego-Scheiße. Was für ein Ego-Scheiße. Spann dich mal. Nein, ist so. Du guckst immer noch Kackhills. Gnu, zieh mich mal hoch. Zieh mich doch jetzt einfach hoch. Wo bist du denn? Ja. Komm mal. Find dich nicht. Hier hinter. Hinter dem Haus. Super, warte. Gnu, geh dich doch. Hey, wie kann man so scheiße sein? Ich grüße die Klasse 4C. Und ich grüße dann noch Jayden. Jayden, grüße gerne raus an dich. Das ist halt deine Sch***fresse, Mann. Lass mal ganz entspannt Lazylings landen. Da geht gut. Da ist Knut zwar eben direkt gestorben. Du bist direkt genockt gewesen, Mann. Du bist gestorben, weil du Ego wieder irgendwo rumgerannt hast und eine blöde blaue M16 wolltest. Was denkst du dir hier gerade aus? Aber ich hatte gerade nur noch 10 AP und dann hatte ich auch keine Materialien. Ja, alles gut, Bruder. Dir mache ich keinen Vorwurf. Es ging mir hier um Gnu. Die hatte nämlich eine Waffe und hätte was machen können, hat es aber nicht. Ja, genau. Aber sie hatte 10 AP. Ja, siehst du? Der achtet wenigstens drauf. Ja, aber sie hatte eine Waffe. Sie hätte sich verteidigen können. Sie hatte Mats und alles. Wow, ich hätte es auch nicht geschafft mit 10 AP. Du auch nicht bestimmt. Siehst du? Ganz ehrlich, Leute, Gnu ist trotzdem schlussend in Fortnite, oder? Nein. Ja, guck. Wenigstens ein Herz. Lass es dir von deiner Community, in deiner falschen Realität schön reden, Gnu. Ja, ja, du mit deinem kleinen schwarzen Herz. Kleines schwarzes Herz, Dicke. Ja. Was redest du hier? Warte, okay. Ja, jetzt ist es. Zwei Kills, let's go, boys. Sehr schön, well played. Wenn wir sonst nichts im Leben haben. Zwei Kills, let's go. Ach, ich kann überhaupt mehr. Gnu. Ich kann Rewi schon lange. Ich hab mich schon früher, aber du kennst mich beim Arbeiten. Das egoistische Gesicht. Hey, entspann dich mal. Was ist denn heute mit dir los, Alter? Hast du irgendwie deine Targo oder sowas genug? Hey, ich krieg's schon seit einem Jahr nicht mehr. Ach, kein Ding. Alles entspannt. Die Einzige, die mich heute auch richtig aufhören, ist halt Gnu. Ja, genau. Ich. Du machst doch hier die ganze Zeit diese Ego-Nurie. Boah, halt doch mal einfach deine blöde Schnauze, Mann. Nein, das ist doch die ganze Community auf deine Seite gekommen. Tue ich nicht, Mann. Ich will mit denen einfach spielen. Ganz normal. Deswegen guckst du immer, dass du alle Sieg abfarmst. Hey, was redest du hier? Ja, hat man doch vorhin gesehen. Ich glaub, dein hohes Alter kommt dir langsam nicht mehr zugute. Kann das sein? Ja, genau. Rewi, du tust. Du musst sie ärgern. Ich ärgere sie doch nicht. Sie geht mir heute auf den Sack. Ja, genau. Ich glaub, du hast heute einen Targo. Guck mal, was sie mir vorwirft. Wenn wir überfarmst, dann kann man sie rausmachen. Ja, es ist irgendwie, was wir super groß. Hallo, Leute, sollen wir alle unsichtbar werden? Am besten wird Numa schnell unsichtbar, weil die mich so nervt. Oh, leg doch am Arsch, ey. Ach, wo Kontrolle. Hat ein Hatcher bekommen? Hat ein Hatcher bekommen? Halt mal den Maul, ich hab den einen noch gekillt. Nee, hast du nicht? Natürlich hab ich den einen gekillt. Ja, hättest du wohl gern. Aber nur von Hilfe von Gnu. Hä, sie hat doch gar nichts gemacht, die Dumme. So unnötig von dir, wie du heute wieder drauf bist. Bist so krank zickig, Mann. Ey, ganz ehrlich, findet ihr nicht auch, dass Gnu heute richtig Scheiße drauf ist? Nein, schub ich Scheiße drauf. Siehst du? Okay, dann verpisse ich mich jetzt. Ich hab auch keinen Bock mehr dann, wirklich. Finde ich auch? Ja. Nein, Revi, beruhig dich. Nicht, dann geh ich jetzt halt, wirklich. Sorry, Revi, aber so geht es halt nicht. Ja, Gnu, halt doch deinen Maul, Alter. Spiel die Community jetzt hier gegen mich auf. So unnötig. Ich spiel überhaupt nicht. Du fragst die und die geben mir eine ehrliche Antwort. Hä, du hast die doch aufgehetzt. Tu mal nicht so jetzt. Ich hab die überhaupt nicht aufgehetzt. Jaja, komm, lass mich in Ruhe. Leute, tut mir leid, dass ich so schlecht drauf bin, aber sie nervt heute so extrem einfach. Revi oder Gnu? Du hältst halt nix aus. Wer hat gerade gesagt, ich rede jetzt nicht mehr? Der Revi. Wie Gott hat er dein Headset gekauft? Das frag ich mich auch. Hier vorne sind Gegner. Ist down, ist down, ist down, ist down. Halt doch deinen Maul, Mann. Ich hab gerade schon wieder jemanden gedown. Was willst du von mir? Warum bist du so schützelt drauf? Boah, Scheiße. Find ich mal den Typen, den ich hier gendockt hab. Gnu, willst du vielleicht auch was machen, Mann? Du stehst hier nur dumm rum, Alter. Gnu, zieh mich mal hoch. Gnu muss ein bisschen Taktik machen. Hier ist irgendwo noch ein Typ, den ich gendockt hab. Find ich den mal. Der liegt in irgendeinem Busch. Gnu, du hast mich nicht verdient. Oh, da schießt du der Rutschi. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Bei mir, bei mir, bei mir. Er ist low, er ist low, er ist low, er ist low. Komm, Gnu, komm, Gnu, komm. Er findet mich. Gnu. Mann, bist du dumm, oder was, Alter? Ey, Gnu, halt deine Fresse. Ganz ehrlich, Mann. Du kotzt mich so. Ey, Gnu. Kill ihn doch einfach, Mann. Man ist so low. Der hat null HP, Gnu. Wo ist denn das, Mann? Hey, du bist so dumm, Alter. Man darf Frau nicht anschreiben. Ganz ehrlich, so dumm wie Gnu ist, darf man das doch. Das kommt dir nicht. Genau, jetzt ist Gnu gedisconnected, Alter. So lächerlich. Weil sie schlecht ist, weil sie schlecht ist. Komm, wir holen noch Wind. Wirklich, du baust dir auch noch, rechts neben dir auch noch, ne? Oh, Digga, schade. Schade. Jungs. Kann ich noch jemanden grüßen? Jetzt mal ganz kurz. Fandet ihr gerade, dass Gnu auch richtig Scheiße gespielt hat? Nein. Ja, aber sie hat doch krank genervt, oder? Ne, jetzt mal ganz ehrlich. Du bist gestorben. Du bist gestorben. Du schreit dir die ganze Zeit los. Kann ich noch jemanden grüßen? Ey, Leute, wir haben mich nur verarscht. Wir haben uns wirklich gestritten. Alles entspannt. Nicht, dass ihr jetzt irgendwie das Falsche von uns denkt. Euer Abend. Mann. Mir geht's dabei voll schnell. Er weint direkt. Danny, nicht weinen. Warte, warte, warte. Ich hab für dich den hier. Den erhobenen Zeigefinger. Ich grüße Amy. Ach, wie süß. Süß. Ich grüße die Klasse 8c und meinen Bruder. Ehre. Janis. Grüßen wir auch. Leute, das war's von diesem Video. Ich hoffe mal, ihr seid uns nicht allzu sauer, wenn ihr sowas nochmal sehen wollt. Ey, ganz ehrlich, die waren beim zweiten aber gerade auch. Ja, wir entspannen uns jetzt erstmal alle. Ja, vor allem der eine war so zickig, gell? Aber ich muss sagen, es fühlt sich echt richtig scheiße an. Für einen selbst sogar schon. Vor allem die Armen. Du bist ja ein richtig großer YouTuber. Und ich glaube, für dieses richtig Hardcore, wenn wir uns dann so streiten. Ach, es ging schon klar, glaube ich. Ich glaube, man hat zum Ende hin dann schon verstanden, Leute, dass es alles nur Prank war. Von daher passt das. Leute, schaut gerne bei der lieben Gnu vorbei. Und das war's mit diesem wunderschönen Video. Ich küsse eure Augen. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Reiß für alle. Tschüss. Tschüsschen. Frozen Joghurt.